Träumen Sie nicht auch von dem perfekten Garten? Von einer Oase der Ruhe und Entspannung? Wachen Sie auf und erfüllen Sie sich diesen Traum. Mit den Gartengestaltern der Firma Klingenberg. In einem ersten und für Sie unverbindlichen Beratungsgespräch teilen Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit. Bei einem Rundgang über unser Firmengelände finden Sie vielfältige Anregungen für die individuelle Gestaltung Ihres Traumgartens. Die qualifizierten Mitarbeiter unserer insgesamt acht Arbeitsteams erledigen sämtliche Aufgaben. Von der Bepflanzung über Mauer, Pflaster und Holzarbeiten bis hin zur Anlage von Teichen und anderem mehr. Dabei steht Ihnen ein moderner Fuhr- und Maschinenpark zur Verfügung. Auf Basis Ihrer Vorstellungen und Wünsche entwickeln wir eine Entwurfsskizze Ihrer künftigen Gartenanlage und unterbreiten Ihnen ein für Sie passendes Angebot. Sie sind mit unseren Vorschlägen einverstanden? Dann steht der Einweisung des oder im Bedarfsfall auch mehrerer Arbeitsteams nichts mehr entgegen. Und los geht's! Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Teams arbeiten Hand in Hand. Jeder einzelne Mitarbeiter ist mit den unterschiedlichsten Aufgaben vertraut. Jeder Handgriff sitzt. Auf diese Weise wird alles nicht nur termingerecht fertig, sondern zudem in exzellenter Qualität und handwerklich überzeugender Ausführung. Ob Sie zum Beispiel zusätzlich eine Dachbegrünung wünschen. Oder sich sogar für einen natürlichen Schwimm- und Badeteich entscheiden. Am Ende steht ein Garten, der mehr ist als nur der bepflanzte Außenbereich Ihres Hauses. Ein Ort der Ruhe und Entspannung, an dem Pflanzen und Materialien im Einklang mit der Natur stehen. An dem Sie abschalten können vom Alltag. An dem Sie sich rundum wohlfühlen und der Ihnen nachhaltig mehr Lebensqualität bietet. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017